Sandfig stellt die Welding-App vor. Neue Generation des Transpockets von Fronius. Neuer Geschäftsführer bei Kloos. Neue DVS-Prüfungsfragen für die schweißtechnische Ausbildung. RBTH – Einweihung der Erweiterungsbauten für das Institut für Kunststoffverarbeitung. Und damit hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV. Am Sandfig-Stand auf der Tube 2016 wurde eine innovative neue Welding-App für Schweißprofis vorgestellt. Sie bietet eine spezielle praxisorientierte Funktionalität und ist vor allem für die Planung und Durchführung von Schweißprojekten konzipiert. Deshalb enthält die benutzerfreundliche neue App umfangreiche Informationen für Schweißfachingenieure, Schweißer, Planer, Projektingenieure und Kleingewerbebetreibende. Die App ist randvoll mit nützlichen technischen Daten, um beispielsweise die richtige Güteklasse zu wählen, Ferritberechnungen durchzuführen, die Wärmeeinbringung zu planen, Schweißzusätze zu wählen und allgemeine Hilfe zu erhalten. Außerdem gibt es umfassende Informationen über Schweißparameter, Schutzgase, maximale Zwischentemperaturen und Behandlungen nach dem Schweißen. Sämtliche Berechnungen und Empfehlungen sollen Schweißern und Planern helfen, eine gute Schweißmetallurgie in der Schweißkonstruktion zu erreichen und gleichzeitig optimale Materialeigenschaften zu gewährleisten. Neue Gerätegeneration bei Fronius Die Transpocket 150 und 180 ersetzen die Transpocket 1500 Zusätzlich ist mit der Transpocket 180 erstmals auch ein einphasiges 180A Elektrodenschweißgerät erhältlich. Die Handschweißgeräte sind hauptsächlich für das Elektrodenschweißen konzipiert und können Stab-Elektroden mit bis zu 4 mm Durchmesser verarbeiten. Zudem eignet sich die jüngste Gerätegeneration auch zum WIC-Schweißen bis 220A. Dem Anwender stehen dafür ein neuer TMC-Anschluss sowie ein Brenner mit Up-Down-Funktion zur Verfügung, mit dem sich der Schweißstrom über den Brenner einstellen lässt. WIC-Schweißen ist mit der Transpocket im 2- und 4-Taktbetrieb sowie als Puls-Schweißprozess möglich. Ein digitaler Regler passt die Charakteristik der Stromquelle an die zu verschweißende Elektrode an. Dadurch ergeben sich hervorragende Schweiß-Eigenschaften, die sich vor allem durch die optimierte Elektrodenzündung mit geringerem Kurzschlussstrom und einer geringeren Spritzerbildung während des Schweißprozesses bemerkbar machen. Eine echte Innovation ist zudem die PFC-Technologie. Diese automatisierte Leistungsfaktorkorrektur passt die Stromaufnahme der Stromquelle an die sinusförmige Netzspannung an und erreicht einen reduzierten Aufnahmestrom der Maschine. Dadurch arbeitet das Gerät besonders energieeffizient und störende Rückwirkungen in das Stromnetz werden minimiert. Und hier jetzt unsere Kurzmeldungen aus der Branche. Sieghardt Thomas ist neuer Geschäftsführer der Karl-Kloß-Schweißtechnik GmbH. Der langjährige Prokurist leitet seit Mitte März gemeinsam mit Geschäftsführer Gerald Mies die Aktivitäten der Schweißspezialisten mit Hauptsitz in Haiger. Die Fachgruppe 1.3 Prüfungsfragendatenbank in der Arbeitsgruppe Schulung und Prüfung des Ausschusses für Bildung im DVS hat neue Prüfungsfragensätze erstellt und zentral freigegeben. Es gibt weitere werkstoffspezifische Zusatzfragensätze für Prüfungen nach DIN EN ISO 9606 für Aluminium, warmfeste Stähle, Feinkornbaustähle und nicht rostende Stähle. Erstmals wurden auch zwei Fragensätze zu Betonstahl-Schweißerprüfungen nach DIN EN ISO 17660 erstellt. Die Fragensätze zu den zwei Bereichen werden in Kürze auf der Homepage des Ausschusses für Bildung eingestellt und können ab 1. Juni genutzt werden. Das Institut für Kunststoffverarbeitung, IKV, in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen feiert die Einweihung der neuen Gebäude am Seffenter Weg 201 auf dem Campus Melaten. Der nach anderthalb Jahren Bauzeit fertiggestellte vierte Bauabschnitt des IKV-Gebäudekomplexes beherbergt auf 2700 Quadratmetern Mietfläche, Labor- und Büroflächen, die sich vorher im Innenstadtbereich Aachens befanden. Das waren unsere Nachrichten aus der Füge, Trenn- und Beschichtungsbranche. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder.